Hallo alle zusammen, willkommen zurück bei den Satoshi-Schwestern. Mein Name ist Monika und zusammen mit meiner Schwester Claudia werden wir eure Führerinnen im Herzen der Innovation während der NVIDIA GTC 2024 Konferenz sein. Dieses Ereignis ist eine Schaufenster der Zukunft der Technologie von bahnbrechender KI bis hin zu atemberaubenden virtuellen Realitäten. Wir werden uns auch den Kryptomarkt anschauen. Lasst uns eintauchen! NVIDIA Corporation ist ein Technologieführer, berühmt für seine Grafikprozessoren, GPUs, für Spiele und professionelle Anwendungen. Nun ist NVIDIA auch eine treibende Kraft in KI, Deep Learning und autonomen Fahrzeugen, die helfen, die Zukunft des Computings und der künstlichen Intelligenz zu gestalten. Seine Innovationen stehen hinter allem, von besserer Spielgrafik bis hin zu Fortschritten in wissenschaftlicher Forschung, Gesundheitswesen und Technik für intelligente Städte. NVIDIAs Arbeit berührt viele Branchen und treibt neue Computing-Lösungen voran, die verändern, wie wir leben, arbeiten und spielen. NVIDIA hat in diesem Jahr beeindruckende Fortschritte gemacht, mit bedeutenden Errungenschaften in KI, Gaming und Visualisierung. Ihre Aktien sind gestiegen und unterstreichen ihre Führungsrolle in KI und Gaming. Es geht nicht nur um die Zahlen, es ist ein Zeugnis von NVIDIAs Vision und Einfluss auf die Zukunft der Technologie. Warum ist das wichtig? NVIDIAs Errungenschaften leiten die Tech-Industrie, setzen Trends und Formen unsere digitale Zukunft. Da sie in KI und Grafik führen, werden wir sehen, wie diese Fortschritte unser Leben auf viele spannende Arten verbessern. Weiter geht es mit der bevorstehenden GTC 2024-Konferenz, die sich als ein wegweisendes Ereignis abzeichnet, mit über 900 Sitzungen, die entworfen wurden, um unsere technologische Landschaft neu zu definieren. Die Konferenz wird sich in verschiedene kritische Bereiche vertiefen. Diese umfassen die revolutionellen Auswirkungen von GPUs im Computing, aktuelle Trends in der KI-Entwicklung und Anwendung sowie die Erkundung neuer Dimensionen durch erweiterte und virtuelle Realitätstechnologien. Teilnehmende werden Einblicke gewinnen, wie die Interpretation visueller Daten durch Computer Vision und Analytics sich entwickelt, die Zukunft der digitalen Inhaltserschaffung entdecken und über die Fortschritte in konversationeller KI und natürlicher Sprachverarbeitung lernen. Das Ereignis wird auch wichtige Themen wie Cybersicherheit, Cloud Computing, Innovationen im Datenmanagement, Datenwissenschaft, Entwicklungen im Edge Computing und die kreativen Potenziale generativer KI behandeln. Darüber hinaus wird die Konferenz die Fortschritte in Netzwerken, Robotik, Simulation, Design und Videostreaming ansprechen und damit einen umfassenden Überblick über den aktuellen technologischen Fortschritt gewährleisten. Erwarten Sie eine Mischung aus technischen Workshops, Panels und Ausstellungen sowie einzigartige Chancen, mit Branchenexperten und Nvidia-Führungskräften zu Netzwerken. Höhepunkte sind die Keynote von Jensen Huang und Immersive Training Sessions. GTC 2024 ist nicht nur eine weitere Konferenz. Sie ist ein Tor zur Zukunft der Technologie, die jedem etwas bietet. Mit einer Mischung aus technischen Workshops, Panels, Ausstellungen und einzigartigen Netzwerkmöglichkeiten mit Branchenexperten und Nvidia-Führungskräften. Nvidia's bahnbrechende Technologie enthüllt eine fesselnde Erzählung, die entsteht. Eine, die nicht nur die Technologielandschaft transformiert, sondern auch die Bühne für Krypto-KI-Münzen bereitet, um die Führung im nächsten Bullenmarkt zu übernehmen. Das ist mehr als ein Trend. Es ist die Haupterzählung des bevorstehenden Bullenmarktes mit KI-getriebenen Kryptowährungen an der Spitze, dank Nvidia's Innovation. Es ist ein kritischer Knotenpunkt für die digitale Finanzwelt, der die Konvergenz von Technologie und Blockchain hervorhebt. Während wir in diese neue Ära eintreten, liegt der Fokus auf Krypto-KI-Münzen, ermöglicht durch Nvidia's Durchbrüche, um die Zukunft der Finanzen neu zu definieren. Behaltet diesen Raum im Auge. Hier treffen Technologie und Finanzen aufeinander und steuern die nächste Welle des Bullenmarktes. Das schließt unsere Reise durch die Nvidia GTC 2024 Konferenz ab. Der Weg nach vorne ist hell mit Innovationen. Und es ist aufregend zu denken, wie diese Fortschritte unsere digitale Welt formen werden. Wir haben gerade erst die Oberfläche angekratzt. Wie seht ihr diese Durchbrüche unsere Zukunft beeinflussen? Teilt eure Gedanken unten. Taucht tiefer in die Technik mit uns ein. Like und abonniert für mehr Einblicke. Begleitet die Satoshi-Schwestern bei der Erkundung der Technologie von morgen, heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.